Ja, und so gut kennt der Seppu seine Kollegin. Ich bin die neue Sportmoderatorin. Herzlich willkommen im Sportbereich, wo es heute allerdings um Kino geht, nämlich um eine neue Kinokarte, die es vom UCI Kino gibt und die möchte ich euch gerne an dieser Stelle vorstellen. Ihr könnt nämlich für 22,50 Euro im Monat so oft ins Kino gehen, wie ihr wollt. Es ist auch egal, ob die Filme auf 3D gezeigt werden oder wie auch immer. Ihr könnt einfach so oft ins Kino gehen, wie ihr wollt und da müsst ihr 22,50 Euro im Monat bezahlen. Und das ist ja schon auf jeden Fall nicht so schlecht, wenn man sich überlegt, wie teuer eine Kinokarte für einen 3D-Film schon für eine Karte ist. Und man muss dann diese Kinokarte für ein Jahr nehmen und danach ist sie monatlich kündbar. Ist auf jeden Fall mal eine Idee wert für Leute, die gerne ins Kino gehen und einfach nicht mehr darüber nachdenken wollen, ah, will ich das Geld jetzt ausgeben oder nicht. Es wird einfach abgebucht und dann geht man ins Kino und hat einfach eine schöne Zeit. Und der Georg hat eine UCI Kinokarte. Das wusste ich jetzt nicht. Zeig die doch mal bitte. So, das hier ist die UCI Unlimited Kinokarte. Aha, mit deinem Gesicht hinten drauf. Darf ich das zeigen? Ich halte mal deinen Namen zu. Nicht erschrecken. Nein, da ist es. Oh, das ist ein QR-Code. Ein QR-Code. Da, da. So, auf jeden Fall kriegt man das dann und kann dann so oft ins Kino gehen, wie man will. Ich habe jetzt nicht so eine Kinokarte für euch zu gewinnen. Allerdings habe ich für euch Kinokarten für einen tollen Film. Und ich würde sagen, man könnte das ganz gut verbinden mit Star Wars, falls ihr es noch gesehen habt. Denn es gibt mit diesen Kinokarten auch die 3D-Brille. Und ich werde jetzt einfach mal diese vier Karten mit den Brillen gemeinsam verlosen. Weil was wollt ihr denn mit einer Kinokarte und einer Brille? Ihr müsst dafür eine E-Mail schreiben an emily.nrw.tv. Und dann schicke ich euch das zu, wenn ihr mir die Frage beantwortet, wie denn diese Karte, diese neue Karte von UCI heißt. Ihr müsst einfach eine E-Mail schreiben an emily.nrw.tv und ich drücke euch da fest die Daumen. An dieser Stelle sei gesagt, dass ich heute ja nicht nur das verlost habe, was ja schon ein großartiger Preis ist, sondern auch die neue CD von Skunk & Nancy. Das liegt hinter mir. An Architecture. Und für alle, die jetzt gerade einschalten, die es verpasst haben, habe ich noch ein richtig riesen, riesen, riesen Geschenk für euch von der Firma Green Tom. Das ist eine Kinderwagenfirma. Und da bekommt ihr nicht nur den Kinderwagen mit der Wanne, sondern auch den Aufsatz für die Kinder, wenn sie größer werden. Plus den Buggy für, wenn sie ungefähr drei oder vier Jahre alt sind. Der Preis ist ungefähr im Wert von 600 Euro. Und dafür müsst ihr mir eine E-Mail schreiben an emily.nrw.tv. Mir erst mal sagen, wie die Seite von Green Tom heißt. Ist verlinkt auf unserer Seite nrw.tv. Und mir vielleicht mal schreiben, in welchem Monat ihr schwanger seid oder wann ihr euer Kind erwartet, was es wird und so weiter und so fort. Ich drücke euch für alle Gewinnspiele heute bei NRW Live die Daumen. Und während ihr E-Mail schreibt, könnt ihr euch eine schöne Zeit machen mit der Musik von Crow.